Wie war es am Anfang? Ich bin Emanuele Marini, ich arbeite hier im Aussendienst. Bekannt bin ich bei Sorba vor allem, dass ich ab und zu an die Sparkum komme. Heute habe ich auch riskiert, dass ich in die Sparkum ein Interview mache. Sorba ist ein innovatives Unternehmen, das sehr auf die Mitarbeiter schaut. Man fühlt sich wirklich wohl, bei Sorba zu arbeiten. Mein Name ist Anastasia Kibowski und ich arbeite als Supporterin. Am meisten Spass am Job macht mir einfach die Unterstützung. Die Baubranche ist einfach anders. Man spürt die Dankbarkeit und man spürt einfach, dass man gebraucht wird. Ich bin Benjamin und ich arbeite bei Sorba im Marketing. Ich finde es genial bei Sorba, dass man die Freiheit hier hat, die man in anderen Unternehmen nicht hat. Man kann sich auf seine Projekte fokussieren, man kann bei seinem Tempo arbeiten. Wir sind nicht so traditionelle Unternehmen, wir sind modern, wir sind innovativ. Mein Name ist Deren Binkert. Ich bin Software Engineer bei der Firma Sorba. Wir sind eine totaler Macherfirma. Was wir nicht mehr machen, sind lange Meetings um irgendetwas zu diskutieren. Und am Schluss kein Output davon haben, das machen wir. Wenn mal der Kopfhörer durch so eine Musik läuft, dann ist schon ein Hüftschwung beim Schaffen dabei. Aber ich hoffe meistens, dass es niemand sieht. Ich bin Justin Nivenmüller und bin hier in der Lehre als Apprentice System Engineer. Also wie ich einmal in der Schule höre, was die anderen machen, die sitzen nur rum und machen vielleicht ein paar Supports. Also da ist es sicher anders. Wir haben hier wirklich Freiheiten, wir haben eigene Sachen, die wir können und dürfen machen. Ich bin Alessio Lioi und arbeite als KV-Lernender hier bei der Sorba. Wir haben ein cooles Büro, es ist recht bunt eingerichtet, aber am liebsten ist man halt Dachterrasse. Weil man dort über die Pausen macht, sieht man eigentlich über ganz St. Gallen. Die Sorba unterstützt auch die Weiterbildungen der Mitarbeiter. Unsere Kunden sind halt sehr easy und wirklich sehr locker. Wir haben wirklich lässige Team-Events, die sind fast legendär. Und wenn sie sind legendär, sollte man nichts erzählen. Möchtest du herausfinden, wie du in unserem Team passen könntest und mit uns zusammen Digitalisierung in der Barbranche antreiben könntest? Dann bewirb dich bei Sorba. Wir freuen uns auf dich!